Der Niederösterreicher Felix Auböck steht im olympischen Schwimmfinale über 400 Meter Kraul. Der Vize-Europameister überzeugt am Samstag in den fünf Vorläufen der Sommerspiele von Tokio mit österreichischem Rekord von 3 Minuten 43 und der insgesamt zweitbesten Zeit. Das Finale der Top 8 ist für Sonntag um 3.52 Uhr angesetzt. Er wird die erste Medaillenentscheidung mit österreichischer Beteiligung bei diesen Spielen sein, auch die erste olympische von Auböck überhaupt. Der 24-Jährige verbessert seine vor vier Jahren bei den Weltmeisterschaften in Budapest fixierte nationale Topmarke um 0,28 Sekunden. Auböcks bisher beste olympische Platzierung war Rang 18, über 200 Meter Kraul 2016 in Rio de Janeiro.